Und da ist er live. So, wollen wir? Hey Mo! Auf geht's! Und sorry, da bin ich wieder zurück. Da ist er live. La 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 Oh, Riff-Text. Ja, genau. Hatten wir noch. Das hatten wir schon. Ja, klar. Direkt-Rank. Was ist mit dir los? Ich hab mich Terrace halt eingespielt. Fast schon. Was hast du, Iris, hast du gerade gesagt Angst? Ja. Wieso? Äh, das letzte Spiel war ja okay, aber... Ja, siehste. Wird sich jetzt nicht ändern. Ich will dich halt schon die Pressure aufmachen. Ich hasse dich. Brauchst du. Das ist auch... Wer hasst hier wen? Mit den Operatoren auch noch sehr limitiert. Das ist gar kein Problem. Spiel, Jackal. Macht mehr Sinn. Du kannst wenigstens Smoke setzen, weißt du? So wie im CS. Ja, ich smoke jetzt kurz ab und dann, okay, ich mach Smokebox und dann mach mal einen Push. Was? Dann nimm... Ja, jetzt höre ich smoke's drin. Super. Du brauchst keine Breaching Charges, glaub mir. Ich, ich hab nur das ausgerüstet, was der Herr, der neben mir sitzt, gesagt hat. Mach dir das rein. Geh'n, da bitte. Nein. Ja, ja. Zack, da dann wieder. Nein. Jan hat recht. So. Du hast ne Schrotflinte. Du brauchst keine Breaching Charges. Du kommst trotzdem durch. Ja. Aber du kannst auch gerne hierbleiben. Du wirst, 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 du wirst. Und, äh, ja, sorry nochmal, alle hier fürs Downsein und so. Jetzt sind wir wieder. Raaay, der verbindet sich noch nach Twitch. Bin ich überhaupt auf Twitch Live? Ich weiß es gar nicht. Nee. Bin ich nicht? Ich hab schon 20 Mal... Er sagt zu mir echt, aber auch Connecting. Hier auf... Boah. Oh, Ella, Ella. Ella an der Tür, direkt an der Tür. Da ist er, ist Treppe runter. Nein, oben raus. Oh, veraimt. In der Garage habe ich einen. Ey, ey, ey. Hier, das ist noch Tower. Ach, Bitch. Nichts da. Nice. Gleich zocke auf PC und irgendwie geht mein Twitch gerade nicht. Und. Ach. Der Diffuser unten? Oder ich hole ihn? Klaas! 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 Nimm den Mausrad bitte, Iris. Wenn du das Visier nicht brauchst, dann brauchst du das nicht. Genau! Und nächstes Mal bitte nicht die Pistole nehmen, sondern die... Ich bin die Letzte! Fuck. Klatsch auf Kick. Rechts, 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 rechts. Da war der. Der ist aber unten drin. Der hat unten geschossen. Hörst du den schießen? Ja, ja, aber von da waren die Sounds. Da oben ist auch ne Vakery Camp. Äh, jetzt ist der hier nicht mit First Camp. So, ich start mal ganz kurz nochmal mein Stream, Leute. Sekunde. Der hatte nix mehr, scheiße. Ja. Hallo. Ich bin Noob. Er hat halt echt gewartet auf Doom. Gewartet auf Doom. Auf Doom. Nicht auf Doom, sondern auf Doom. Was spiel ich denn jetzt? Ja? Habe ich dir deinen Online-Jong weggenommen? Nö. Gut. Mach, was du denkst. Mach immer das, was ich denke. Du wirst es ja dann schon sehen, wie es draus wird. Oder was draus wird, ne? Werde. Was? Jetzt bist du mit der Läufer auf den Fütsch. Ja? Cool. Krass, Alter. Da hat es mir echt... Entweder hat es da das Protokoll zerschossen oder irgendwas. Oder kann auch sein Hetzner. Keine Ahnung. Muss jetzt quasi okay sein. Jetzt bin ich live auf Twitch, ja? Krass. Er sagt mir aber noch Connecting. Loll. Haben wir einen Smoke? Gut. Ich mach dir das... Linke... Ding. Oh, die Hedges. Ach, zu mir. Ich glaube, nacka, Alter. Was kann ich dafür, wenn da das Sensor ausschne. Soll ich mir hier noch reinforce, dann sagt mir das. Äh, soweit ist alles gut. Du bleibst hier. Hier hinter der Bombe. Der Main-Drop ist schon überhaupt. Ja, mach ich. Mach ich schon. Bleib mal ruhig. Der Controller-Hero ist gerade am Stressen. Hab ich auch nicht erlebt. Der Controller-Hero ist gerade am Stressen. Der Hedge ist nicht zu früh. Der hat mehr Stress jetzt hier. Der Drago. Der stresst immer. Der hat so scheiße gemacht, Alter. Was stimmt hier nicht mit euch? Aua. Alter, ich raste gleich zurück. Nein! Boah. Alter. Ey, Verdi. Du bist droht. Ja. Kapital. Lobby. Oh, da ist schon einer. Treppe runter. Treppe runter. Oh, und da ist der Hedgehoff. Oh, und da kommt der Drop. Schön. Angst, Spray. Alles gut. Jetzt brauche ich Ruhe. Servus. Planted. 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 Head cover. Ah, hinten entsteht ein Auffang. Warte. Warte. Über dir die Hedge. Flashing. Schönen Ding. Die ist down. Drop. Schönes Ding. Ash is down im Hallway. Kehr über dir. Nicht da durch, nicht da durch. Hinten. Rechts, 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 rechts. Halt durch. Na schön. Schön. Geht doch mit dir. Geht doch. Ja, einmal mit Profis spielen, da fährt man halt gleich ab. Ja. Wie sie mit dem Red Dot ohne Lehnen einfach drauf hält und sich erschreckt, dass jemand runterfällt und der sie einfach nicht trifft und mich headshotten sie instant um die Ecke. Ich geh kaputt. Ich bin keine Strike verseucht. Ich... Ja, ja. Ist schon gut. Wer braucht das? Sie sind voll überbewertet. Ist manchmal sinnvoller? Ähm... Brauchen wir eine Hibana oben? Oder Termite? Ähm... Ich kann mal Termite spielen. Ich kann auch Termite spielen. Dann spiel du mal Termite. Weil dann kann ich... Ja, ich will sowieso Support Affi. Oh fuck, dann spiel ich jetzt Twitch. Ich mag's doch nicht immer. Was? Ob mein Aim sich mit dem Elite-Controller verbessert hat? Nein, das ist gleich geblieben. Das Einzige, was sich halt ändert, ist halt das Movement. Weil ich muss mit dem Finger nicht mehr vom Aim-Stick runter. Weil ich alles mit den anderen Fingern mache. Also man... Nur eine Beschreibung auch noch dazu. Bei Consolerus verbessert sich das Aim dann nicht. Das ist nur die Rotationsgeschwindigkeit, die höher wird. Bisher oder halt nicht. Ist halt einfach so. Sind oben. Äh... Gibt's ja nicht auch gutes Gaffs oder so? Ähm... Es gibt nur einen Scuff. Du kannst halt den Scuff dir selber halt bei Scuff bestellen. In deiner persönlichen Einstellung halt noch. Konzentration, ja. Genau. Aber dadurch, dass halt bei der Xbox... Ich weiß nicht, wie war's für PS4 ist. Aber bei der Xbox hast du jetzt schon seit längerem die Möglichkeit, den... Selbst den Standard-Controller, die Tasten selber zuordnen. Spawnpeak. An einem kleinen Tower? Äh... Spawnpeak. Ich weiß nicht. Bathroom. Doch. Spawnpeak. Bathroom. Und der sieht meine Drohne halt echt nicht. Ist weg. War Bathroom. Ist aber weg. Puls... Jetzt Meeting. Äh... Dining. Puls Dining. Ist rechts Kitchen. Puls Kitchen. Puls Kitchen. Geht jetzt rüber, Clashroom. Puls Clashroom. Puls Clashroom. Eine Web-Memory. Danke. Boah... Den hab ich gerade nicht. Puls geht Garage. Meeting. Puls Meeting. Puls Meeting. Puls Meeting. Web-Memory weiterbettet. Puls Meeting. Puls Meeting. Puls Meeting. Puls Meeting. Ist los. Ist miss. Puls oben. Puls Down. Was...? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab die geneifet. Ich hab die gelöntet. Lass halt im gehört, oder? Ja! Ich hab'n Gadget-Kill und ich hab'n Challenge nicht drin, ich kann kotzen. Wo sind die eigentlich? Oben, ne? Mhm. Ist jemand, Arno? Ja, da ist er! Aber Reservente noch, glaube ich. Ne. Ne, das ist ein anderer. Meiner ist jetzt in den Kitten-Dorms. Boah! Nice, der ist ja immer noch. Der letzte ist jetzt in den Dorms vorne. Oder? Weiß es nicht. Ist es voll? Ja, ne, hier vorne. Oh! Vom Weg. Oh, hier vorne. Vom Weg, vom Weg. Ja, ja. Und raus. Boah! Boah! Ey, ich hab'n echt viel. Alter, sieh'n alle da rumgeiern. Er schießt halt ins Silo, ja? Ja, das sind doch aufgemacht. Hab'n dich gesehen. So, wir nehmen jetzt den Kitten-Storms, ja? Dude. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Du machst Jäger. Das ist gut. Da streamst du echt morgen das Ding auf dem Ovis auf dem Channel. Ja, klar. Haben sie nicht versucht, sich zu überreden, das Ganze auf ihren Channels. Nein! Das hat damit auch nichts zu tun. Und über Geschäft redet man nicht. Ich frag' nur. Nein! Das hat mich nicht gewundert. Schau mal! Aha! Droh... Och, das ist ja mies. Äh... Jo. Ich weiß gar nicht, welche Teams da morgen spielen. Ähm... Ich glaub' Enjoy. Enjoy? Haben die ein PS4-Team noch? Wo willst du da? Ja? Ich dachte, die wär'n auf'n Dings gegangen. Wird auf'n PC gewechselt. Nö, die Spiele... Ne... Wenn's da was im Binnen gibt, dann... Woll... Also ich weiß, dass das Xbox-Team ist komplett auf'n PC gewechselt. Ja. Wir sind nicht komplett auf Xbox geblieben. Wir sind jetzt in anderen Teams unterwegs, das weiß ich. Das Xbox-Team ist komplett auf'n PC gewechselt. Ich hab' noch nicht mehr auf'n PC gewechselt. Ich hab' noch nicht mehr auf'n PC gewechselt. Weil das die... Die Flaggwert haben ist... Konnen. Ich bin nur ein greater Panther. Geh' lechter. Geh' lechter. Ja. Ja. Ich bin noch gar nicht aktiv. Vergriffen die Drohne. Ja. Ich bin noch gar nicht aktiv. Vergriffen die Drohne. Kleines Schlafzimmer. Oben auf dem Dach. Big Tower. Genau da, wo mein Mark ist. Alter, wenn du redest. Ja. Voll das komische Geräusch bei dir. Es geht. Noch einer Tower? Noch einer mit drin. Big Tower schon mal noch. Bad Bull, Slash Attic. Da war ein Slash. Der steht bei mir hier oben. Auf dem Mark. Slash is down. Am Mark. Da oben. Direkt über dir oder was? Ja, da wo die Mark ist. Ich sehe da nichts von hier. Ich ping ihn doch. Alter. Der liegt da oben drauf. Ja, von hier aus sehe ich den nicht. Also der liegt halt mittig, ne? Auf deiner Seite. Also Richtung Norden raus. Ja, zu mir. Da wo ich ihn pingle. Ich sehe halt seine Füße immer ein bisschen. Ja, müssen wir. Warte. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich dachte nicht, der sitzt immer noch da oben. Ja sicher. Wir trollten ein bisschen, oder? Ja, ich glaube der ist stuck. Oh, die haben sich gerne im Weg nach ihm. Ich glaube der leckt, ich glaube der war stuck. Meinst du? Ja. Der hat sich die ganze Zeit dort auch so geglitscht. Also ich habe da nichts gesehen, ich habe da die ganze Zeit nur gehört, dass er sowieso... Dass du nichts siehst, ist klar. Ne, ich habe ihn halt, ich habe dieses Fallen gehört. Ne, der bewegt sich da halt und so. Also der... Ja, ganz komisch. Keine Ahnung. Na, wenn Nico Pullmann... Ja. Alter, schnarcht der Hund ey. Wahnsinn. Oh ich höre nur, ich höre auf einmal in nichts und auf einmal... Ich denke mir doch alles klar. Läuft bei euch. Läuft. Wollte ich kurz sagen, läuft bei dir. In oben übrigens. Gut. Die sind sich ein bisschen uneins, oder? Ja. Ich würde jetzt am liebsten schreiben, this is so not cool. Ich habe Hunger auf Süßigkeiten. Iris, darf ich Schokolade essen? Ich habe... Ich habe... Weil ich muss ja auf meine Linie achten. Deswegen fache ich nicht. Ach, ich warte zu. Wo piekt denn der raus? In der Bafond. Ich bin bei der Sommer. Ich drohe jetzt mal Garage. Garage Lobby sauber. Classroom? Warte. Schade, Classroom ist sauber. Die Stärs sind soweit clear. Oben Armory ist auch clear. Ich habe hier Steps. Warte Iris. Wait for it. Bleibe. Der ist, da ist was geflogen gekommen. So, das ist alles sauber. Du kannst reingehen. Ja, aber es stimmt ja nicht mit dem, Alter. Ella ist vorne, links. Direkt hier close. Jo. Oh, fuck. Papa, kannst du mal in die Runde gehen? Bin drinnen, ja. Da stehst du auch nicht, der Schroppflinste. Frau saß halt an den beiden Stärzen vorne. Achso, du hast den Schroppflinste erst gekürztet. Dann war alles clean eigentlich, ne? Draco. Jo, verschoben. Kids. Ich habe nur keine Drohne mehr. Ich sehe halt nichts. Ich habe keine Drohne. Ich würde gerne mal Kids sehen. Also Small Generator. Und Kids. Da ist er. Ella kommt. Es kommt. Nein. Da fehlt der. Verdammt. Fuck. Fuck. Ja, halt. Das ist ein fucking Diffuser. Steps. Du kannst sie tracen. Die war direkt vorne an der Tür. Die ist direkt close. Close, links. Schönes Ding. Bandit, direkt. Nein. Ach, schade. Schade, schade. So kann man heute... Hä? Gerade, wo man so... Schade. Da hat er gerade Nigger geschrieben. Ja, ja. Die flamen sich gerade echt hart. Die mögen sich nicht so, oder? Ne, die mögen sich überhaupt nicht. So, das tun wir uns jetzt her. Boah, was? Die Qual dabei. Jetzt schon? Okay. Ähm. Iris, wenn du dann die wieder spielst hier, ne? Bitte die Schrotflinte als Secondary nehmen. Auch bei dem Jackal. Nicht die Pistol. Mit der Schrotflinte hättest du zum Beispiel die Wand aufschießen können. Jaja, das weiß ich. Ich bin ja Noob. Ich lass mich ja gerne eines besseren belehren. Ist auch besser so. Die Freuglichkeit hier wieder. Oh. Hier brauche ich noch nicht kommen. Ich seh nicht. Da kriegst du... Von mir immer mit dem Shuttle war klar, dass du es nicht kriegst. Aber das werde ich sehen. Von Shuttle? Ja, ja. Ich glaube, der findet die Tasten dafür nicht, zum Wende hochziehen. Oder musst du dafür... Wie ist denn das eigentlich auf der Konsole? Musst du da eine Kombo eingehen? Ja, ja. Einmal links, drunter rechts und drunter? Einmal hoch, einmal runter, xB. Ah, ok. Cool. Du bist ein Dödel, ey. Wahnsinn. Wieso? Hätte das sein können. Ja. Ich hab da schon mal einen am besten rausgenommen ist gerade. Oder? Ne, doch nicht. Wir sind in Construction gespawnt, oder? Wir sind in Construction gespawnt, oder? Jagen sich doch jetzt gegenseitig, oder? Ja, Construction. Ja, fändst du ein Stück weiter links. Mist. Ne, vor dem Windo würde ich mich nicht liefern, oder? Gefährlich. Das Fenster ist offen. Küche. Da. Twitch drohen einen kleinen Tower. Zwei Twitch. Eine Twitch drohen habe ich. Hängen die da davor? Twitch drohen einen kleinen Tower. Eine Twitch drohen habe ich. Ja. Twitch bei der Tür. Einer drinnen, einer drinnen links am Sofa. Zweiter drinnen. Einer low. You will be detected if you remain in this area. Silo hinten am blauen Silo. Und der letzte rum, glaube ich. Ja, der letzte. Wie fühlst du schon? Ja. Easy. Oh leu, war der gerade mad. Oh, war das gerade geil von mir. Ich hab dir diese Aktion gerade gesehen. Oh, war die gut. Ich bin wieder reingelaufen, weil ich hatte Angst. Ich hab aufgedeckt. Ich bin halt draußen eiskalt gewesen und hab erstmal reloaded, alter. Gegen die Asch. Wollte ich gerade eigentlich abschießen, weil ich dachte du bist ein Fick. F12. Too easy, Junge. Ja. F12. F12? Screenshot? Ach. Dumm. F12. 525 läuft. Nee, komm ins Scoreboard, wo ich vor dir bin, muss ich schon speichern. Kill erlaub, ich grüße dich. Auf geht's. So. Mitternächtlichen Stream. Nächste Runde geht, oder was? Was ist denn los bei euch? Und kein Pack. Nice. Oh, ich. Sein Trinken hier. Mit 40, knapp 40. Jawohl. Doch ich. Du hast schon wieder dein Pack, alter. Ja, er hat halt, das ist halt Controller, ja. Der macht wahrscheinlich unten, also rechts, runter, links, runter, rechts und alle vier Knöpfe. Weißt du, er muss mich erstmal hier irgendwie nochmal so drei Stunden irgendwie fertig machen, bis dann irgendwann mal so ein Kompliment kommt, so von wegen, ja, mein Controller ist eigentlich gar nicht so schlecht so. Ja. Dann will ich dann drei Stunden so einen fertig machen, Alter. Das ist Verdi. Erstmal drei Stunden richtig mumm, bis man sagt, du bist eigentlich ganz okay. Ganz okay, ja. Black Eyes. Ist schön. Oh, du hast Black Eyes? Du bist ja auch ganz okay. Ja, irres Black Eyes für Ash. Wow. Aber für die G 36. Das war super. Iris, du bist echt cool. Fäckerl. Schrot. Adi. Ja, der, genau. Secondary. Ach das, okay. Just. Siehst du, da sag ich's ganz schnell, Shatter. Da dauert das nicht so lange. Was denn? Bei Iris. Dass sie voll cool ist. Hihi. Ja, hab ich ja irgendwas anderes gesagt? Ich kann das Kompliment halt auch nur zurückgeben, ne? Danke dir, Iris. Das ist jetzt hier Geschleim auf höchstem Niveau, oder? Ne, wir kennen uns einfach nur schon lange. Okay. Oh, ich erinnere sich. Ey, Jan in Prag. Das war krass, oder? Ja. Boah. War heftig. Das werd ich nicht vergessen, ey. Ganz viele Fotos. Ja. Oh, die hätt ich aber gerne noch. Wem? Da waren Iris und Jan da. Und da hatten wir Shatter, das wär auch was für dich gewesen. Carsten in 60 Meter Höhe in der Luft auf einer Plattform. Wo sie 5 gegen 5 spielen auf einer Plattform. Das Ding ist Dinner in the Sky und das hieß Extreme Gaming. Das Event. Okay. Äh, ja. Alter. Nur wenn ich dran denke, wird mir schon schlechter. Ich mit meiner Höhenangst so. Ja, ich auch. Alter. Das war echt krass, oder Iris? Das war echt übel. Konntest du dann überhaupt klar denken? Ey, das ist nur die erste Runde. Gott sei Dank kamen die Mädels erst mal ein Female-Influencer-Match gemacht. Vorher. Ja, das ging gar nicht. Ich hatte total... Und da hat sich bei den Influencern, das war ein YouTuber, da hat sich einer aufgeregt. Der hat auf dem Ding rumgehauen. Und dann wackelt die ganze Plattform. Och. Ey. Weißt du, was Jan und ich davon gelernt haben? Weiß'n? Wie wieder? Wir haben jetzt beide Handyhüllen mit so einem... Keine Ahnung. Wo du halt festhalten kannst. Ja, ja. Du hattest ja einfach nur Angst, dass dir das scheiß Handy runterfällt. Du wolltest halt echt ein Video machen, ja. Und dann hast du Schiss, dass du dein Handy runterfällst. Wow. Buka ist einer. Ja. Ich guck grad, dass ich hier Utility ausmache. Oder wegmache. Ja. Sieht auch echt gut aus. Ich mach grad die Batterien in VIP raus. Buka ist halt einer unterwegs gewesen. Warte. Es ist echt nur Ella on-site. Ja, die sollen auch unterwegs kommen. In den Raum rein. Ähm. Soll ich noch irgendwo drohen? Ich hab noch meine Twitch. Jetzt auf A-Squatch. Ey, da war echt sonst keiner, ne? Ella jetzt auf A. Sonst echt keiner? Ich habe eben keinen gesehen. Die sind jetzt unten in Lobbys. Was? War der Big Plansch. Oh, Ella hittet. Ella down. Bandit hallway. Bandit kommt hallway. Durch den VIP. Ähm. Geh rein und plante ganz links in der Ecke. Ach, scheiße. Jetzt bin ich hochgerobbelt. Ja, ja. Passt auch. Kannst du übern Dropper aufgehen. Aber in Fame war da einer, oder? Ich hab's noch hier hinten. Vorsicht, Ella. Trap. Hab ich. Okay, ich geh jetzt rein. Vorsicht, rechts Bandit. Rechts Bandit. Rechts Bandit. Red Bandit. Oh, fang geartig, ja? Ja, ich war schon mal reinspringen. Keine Sichtweise. Nein. Aua. Mein Ohr. Eiko. Eiko. Was war's mit dir? Denkst du doch oben. Boah, da kommt sie. Ich bin gerade erschrocken. Alter. Ich hab den die ganze Zeit nicht gesehen. Dann kommt der jetzt. Boah. War das Dach zu Ende. Dann schimmelt er die ganze Zeit so, weißt du? Ey, ich hab den halt nicht mitbekommen. Ich fahr da zweimal mit ner Drohne vorbei. Er gammelt halt echt. Boah. Geht mein Twitch-Bot eigentlich? Hat er sich reconnected, oder? Ne, ich muss den neu starten, ne? Ich glaube, es reagiert hier gar nichts mehr. Lol. Äh, spiel ich ihn jetzt. Holt's. Wir spielen das gleiche? Ja. Alter Schwede. Danke auch für die Loots weiterhin. Und schön looten. Was ist da los? Ah, jetzt geht's auch wieder. Sorry, ich hab den Chat nicht gesehen. Danke dir. Ich hab's. Ich hab's. Wir müssen hier im Klart hingewitzen. Äh, hat jemand impacts? Ne, ne? Ja, hast du impacts mit der Ela? Ist schon zu spät. Ist alles gut, alles gut, alles gut. Super. Da ist noch eins drin. Hinten äh... Bullf... Da im Aquarium beim Office glaube ich. Ja. Ne, on. Top Roof. Keiner im Hallway schon. Welches? Nein. Die Ash habe ich. Aber den Terminal nicht. Der ist oben auf dem Dach, sorry. Moin Iranian. Ich grüße dich. Oh, war das Schiff. Mit dem Terminal. Ich bin in Richtung Catch. Ich habe halt rappelt hoch. Ein VIP. Vorne Main Stairs. Geh mal bei Iris drauf. Wo ist vorne Main Stairs? Ja Main Stairs, von der Lobby unten. Okay. Iris rechts von dir. Wurde gecallt. Und am Dropper. Ehh... Rechts von dir hält... Hält Jan. Blackbeard? Ja. Vorsicht. Genau da drin. Da ist ne Twitch-Rune. Fällt hier irgendwo rum. Ja. Blackbeard denke ich mal hinten auf der Garage, wo ich gerade drauf war. Das Thatcher glaube ich. Ja. Thatcher down. Außen auf dem Pool ist noch was. Uka glaube ich. Da ist die Twitch-Drohne. Die Drohne. Iris. Unten links. Unten links. Da drin. Hast du. Vorsicht. Über dir. Hedge runter. Anlehn. Anvisieren. Bathroom. Jetzt war der nur Hibana. Im Hallway gewesen. Im Reißers-Barthroom. Twitch ist... Rechts, rechts, rechts. Rechts von dir. Ich glaube da wurde geguckt. Red, Red. Drago. Rechts von dir. Im Red drin. DLP. Sorry. Die holen sich hoch. Schade. All Friendlies were eliminated. Mission failure. Die Pro League verendet. Green Donut. Sind... 18. 19. November. 17. 18. 19. 19. November. Schade. Wie findest du die neue Map? Super. Boah. Äh. Ich twitsche nochmal. Ich hol mir jetzt was süßes. Bin ich wieder da. Boah. We need to locate a bomb. Jo. Hooker. Pool. Wenn ihr sehen könntet wie mein Hund in seinem Körbchen hängt. Alter. Zu geil. Jano ich weiß nicht warum dein Alter vielleicht weil du dich nicht genommen hast. Ich weiß nicht wieso dieses Spiel so geil ist. Weiß gar nicht. Es war selbst jemand der Counter-Strike vergöttert hat. Weißt du warst mal Counter-Strike fair? Warte mal treffen. Iris. So. Geht. Und ich hab Counter-Strike auch immer sehr lange gespielt. Spiels eh noch immer. Aber halt letztens nicht mehr ganz so viel. Ja. Von der Sack bin ich nie mit warm geworden. Ja. Weil jetzt auf Konsole nicht durchgestartet ist. Ne. Das nicht. Ich hab auch früher ein bisschen am PC gezockt. Das ist nicht. Aber ich kam mit diesem Gameplay an sich nicht wirklich genau. Ja. Es ist halt viel zu langsam. Ich find's voll boring geworden. Ja. 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 Okay. Ja. 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 Der hat gespottet Müsste Klaus an der Bar irgendwo liegen Ist jetzt rumgekommen Ab ihn? Nein! Huckers In der der Bank glaube ich Ja Tür Schade Ei 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 Boah er drückt dir halt echt den Bauch her Hey du warst doch full live oder nicht? Ne? Dieses Damage System ist ja auch ein bisschen komisch Ehh Nikolai falls du nicht aufgepasst hast in der Pro League Das wird so sein Die APAC Teams gehen zu den World Finals Danke Danke Ey Fafu was geht Was ist cool bei dir? Hey Fafu Alles cool bei dir? Zwei Trocken weg jetzt hier nöt Ist die Tötthrone A7 Drohne weg Das ist die Weisheit. Office rein. Oh, wie lange ich was mache? Keine Ahnung. Es wäre die Pan-Gate wahrscheinlich, denke ich mal. Office reingegangen. Double window pool. Oh, fuck. Hinter dir ist der's. Bandit. Mark. Mark. Thatcher. Blue ist der's. War das der auf den Stairs? Ja. Das war der, ne? Ja, ja. Da ist eine Drohne drin. Noch einer Stairs. Boah. Alter. Ey, komm, er schießt durch die Wände. Was stimmt nicht mit dir? Wo denn? Hier hinten, Hallway, TV. Theater, Theater. Hallway. Der Typ. Der ist noch B. Der Typ. Boah, er wartet halt. Hat mich gehört. Ja. Ja. Das sind so normalerweise meine Scores. Ja, das ist mein Ranked Sunshine. Genau, looted mal so ein bisschen hier. Wäre voll toll. Ja. Ja. Wir haben neun Loots jetzt geschafft. Was ist da los? Voll langsam. Das siehst du als bestes Headset für Rainbow Six. Ich sehe gute In-Ears und ein gutes Mikro. Als Headset. Findest du es schlimm, wenn man T-backt? Ja klar. Macht man nicht. Außer bei Leuten, die es verdient haben. Ne, auch da nicht. Das gehört sich nicht. Das ist wie Nachträgen. Macht man nicht. Das gehört sich nicht. Das ist so ne dumme Angewohnheit aus der Cot-Szene. Das macht man nicht. Ganz einfach. Ja, aber Cot bei Halo auch. Ja, Cot hat angefangen. Nein. Doch. Halo hat angefangen. Jetzt googeln wir das. Aber ich gebe jetzt nicht T-backing ein. Bei Google. Was kommt raus? GTA? T-backing? Nein, da kommst du auf irgendwelche Pornoseiten, Junge. T-Beutel. Boah. So, jetzt holen wir die selben nochmal weg. Na klar. Auf der besseren Map. Also auf der Map, wie wir können. Ne Iris? Die kann es ja gut. Ne. Danke für den. Der ist verboten. Doc Nussmann. Der ist explizit in der ESL verboten. Der ist verboten. Der Jump von der Jumps hoch. Auf diese Ding. Bei Drums. Auf die Trommel oben drauf, oder was? Nein, oben aufs Geländer da drauf. Okay. Du kannst von den Drums, kannst du noch auf diesen... Soll das sein? Lichtfänger soll das sein. Kannst du oben drauf. Die über diesen Empfang da läuft? Oder diese Querstreben? Ja, genau. Genau. Da kommst du drauf mit dem 3-Speed Operator. Soll ich mit dem 2. Okay. Gut zu wissen. Meine... Ich habe keine Main Operator. Ich spiele alles. Und T-Back lieber als Spawn peeken. Wenn du dich weg peeken lässt, Shark, bist du jetzt selber schuld. Einfach aufpassen. Es gibt keinen Spawn peek. Spawn peek in der Definition ist in deinem Wort Gebrauch falsch. Spawn peek in der Definition bedeutet, derjenige guckt raus genau in der Zeit, wo du spawnst und klickt dich weg. So. Gibt es nicht in diesem Spiel. Hier gibt es keinen 100% Spawn peek. Das einzige was es gibt, ist, du läufst los, bewegst dich von der Spawn weg und stirbst. Dann bist du selber schuld. Da bist du selber schuld. Schraubsauger-Vertreter. Gut. Hörstest du es auch, ne? Ja, ja. Das ist aber normal. Für den Discord. Da pickert das Mikrofon ein bisschen, damit es brummt. A bomb must be located at the beach. Äh... One-Trap oben, D-Zimmer. Mhm. Spür. Oh ja, wo hast du die... Wo hast du die Krone rausgekommen? Ah, du fein Weg. Hehe. Der Echo ist unten im Restaurant wahrscheinlich. Ja, aber Gott, die Krone rausgekommen. Mhm. Kann ja jemand anderen erzählen, so schnell kommst du nicht aus. Boah, Alter. Echo ist ja immer noch unten im Restaurant. Ob dem Badezimmer. Fuck. Der Gäsche ist gedaunt. Wir sind nur an der Gäsche. Kommt jetzt Mainstay, ist hoch der Echo. Bei Guga oder wo? Wo oben. Wo oben. Wo denn? Wo ist denn der? Bei Gäsche. Stand it down. War das Echo? Noch einer. Wo? Gäscher sehe ich gerade nichts. Keine Ahnung wo. Dann geht Gäscher rein. Puscht über Gäscher, wir nehmen uns hier B. Wir machen den Plant auf B. Wenn er T ist, hat er verloren. Ja, lass mal den Diffuser liegen, bitte. Ja, jetzt haben wir noch Gäscher. In der Nake. Ja, dann geht auf B. Geht auf B. Oder kommt rum, T. Kommt T. T plant. T plant. Ja, ja, ja. Ich muss erstmal das Ding holen weiter. Las Gäscher Gäscher sein. Cancel. Jan. Abbrechen. 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 Ich komme. Ich komme. Ich komme. Gib mir Backup. Ach man, jetzt wollte ich das Ding noch blenden, Alter. Too easy. Was für ein Potato. Guckt es euch an. Mit Dropshot. Was? Das ist eine coole Tarnung. Ist das die von, von ihr Velvet Shell? Ja, nein. Ja, das war aus dem Velvet Shell. Ja, die ist lila ne ne? Ja, ja. Lila Schwarz. Das hat er jetzt bei dem Checker wollen. Genau. Lootet mal, macht den Checker. ThaW auf was spiele ich? Ich spiele auf dem Gameboy. Test den neuen von Nintendo. Kann ein bisschen mehr. Da kommt der nächste Loot. Dankeschön. Die haben kein universelles Finn Michalski. Die haben einfach nur Noise Cancelling Dinger. Das sind so die Hubschrauberteile von Plantronics. Das sind die Plantronics Commander. Kostet eins um die 500 Euro. Nice. Brauchen wir denn noch mal irgendwas? Ich weiß. Mhm. Hier die Wand wo ich bin mein Schatz. Guck mal. Du dumme Bitch, Alter. Ich sag hier mein Schatz und du dumme Bitch. Okay. Einmal da. Noch. Direkt neben dir. Dann haben wir das safe. Und hier einmal aufschieben. Schön. Schön Vision machen und so. Ah. Oh. Ganz viele Clams auf. Wahrscheinlich in Ventilation gespawnt. Die Pet ist nicht. Rappeln gerade rein. Sind neben dir schon. Jan. Geste. Window. Und. Da ist ne Claymore ans Geisha window gesetzt worden. Ja. Zwei jetzt. Drums auch. Deine. Die drohen Hund. Drei sind tot. Drums. 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 Character. Vier oben. Also. Vier stück sind da. Drums. Drums. Oha Gescheh. Ge founder. mumti war auch noch einer. Yes. Drums. I have the manager. I have the談 doesn't take." Restaurant ist frei, aber du warst grad getrohnt. Nee, Restaurant ist einer drinnen, beim Adels Moment. Hier unten? Shit, sorry. Nee, das war oben, Balcony. Äh, hä? Warte. Gryptox, wir sind aber zufrieden, ich spiele ja schon im Trupp. Ach, da ist seine Drohne direkt davor gewesen. Ähm. Alles klar, Moe, hau rein. Ähm, was? Nicht. Ein Headset kann kein richtiges 7.1 haben. Wie soll denn das funktionieren? Dann kriegst du den Raumklang gar nicht hin. Wie ein 7.1 sein sollte. Das ist alles nur Fake. Ja, total, ich bin im Teamspeak grade, deswegen. Und empfehlenswert ist es eh auch Stereo zu spielen über Klinke und nicht irgendein USB-Scheiß. Weil USB im Endeffekt von der Emulierung her viel zu lange braucht. Das heißt, ihr habt das Signal, das muss mit dem USB umgewandelt werden, damit das dann irgendwie an die Zeitzeit kommt. Anstatt einfach Klinke, wo es direkt links, rechts rausgejagt wird, fertig. Da hast du keine Umwandlung. Wenn du halt kompetitiv spielen willst, willst du jede möglichen Delays ausschalten. Also willst du Klinke spielen und nicht irgendein USB 7.1, keine Ahnung. Und das nächste ist, wenn du irgendwo hinfährst damit, hast du immer Probleme, weil du hast nicht dieses Headset da. Und Vikery. Oh, noch ein Loot. Immer ran Leute, immer ran. Hm. Iris hat bei mir gelootet. Ist das toll. Danke. Danke. Da bin ich. Oh, Shatter, auf geht's, ab geht's. Unten machst du der Bedroom Jäger. Die Ponds ist raus. Ja. Vom Jäger wurde er gespawnd piekt. Da kommt der Kill noch mal wunderschön. Der Killcam hier. Vom Jäger. Und einfach nur selten dämlich Ash, die da nicht aufpasst. Ey. Kann ich mich gerade echt selber verpesten. Geil, ne? Leg mal da vorne einen Claimer. Oh, äh. Da war ich nur. Und. Und. Jetzt mach mal da kaputt. Rennade. 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 Mach das nochmal. Shatter. Ist das ein Makro, oder was? Achso, ne ist ja der Stick. Du machst jetzt nach rechts, ne? Du machst jetzt Busfahrer. Einmal bitte nachreden. Rennade. Das ist doch Magenfahrer. Gut, gut. Die ist schon vorbeigehuscht gerade. Rennade. 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 Jäger Karaoke. LRNT. Vikery missing. Wird auf die Stairs sein. Ja. Jäger unten. Dann ist Jäger unten. Ja. Gespottet. Nice. Ja, die hat sich rausgeschmissen. Guck mal hinter dich. 3. Ja. Das dauert ein bisschen Controller. Also nicht wundern bitte. Ja. Sehr schön gemacht. Aber drauf schauten kann er. Jäger ist unten immer noch. Denk dran. Das machst du brav. Ja. Ist immer fällig. 2 Sekunden left. Ella ist genau da. Ich habe gerade echt nur ihre Mütze gesehen. Gar nichts gesehen. Nee. Ach. Desaster. Ich wäre noch. Alter. What the fuck. Ah. Herrlich. Habe ich gar nicht gesehen. Kann ich realisieren. So. Kann ich auch wieder ordentliche Operator spielen. Scheiß auf Pult. Habe ich was an meinem Audio gemacht? Wieso? Du hast dich gerade irgendwie komisch an. Echt? Ich echt? Ja. So leicht gedämpft irgendwie. Ich schaue zu. Was? War nicht lustig. Egal. Wieso? Nee. Ich habe in-game nichts gemacht. Wieso? Was? Ich habe nichts gemacht. Wieso? Ja. 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 Ich habe es getroffen. Nur den Gegner nicht. Ich habe es getroffen. Nur den Gegner nicht. Oh. Ich habe immer der gleiche. Ja. 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 Ich bin nicht normal. Der schießt einfach gut. Boah. Ganz hinten. Bei mir steht der halt da. Er drückt mich direkt um. in den Mund. Boah. Hey. Hey H4. Wie geht es gut? Wie geht es dir denn mein Freund? Nein. Ja. No. Moment H4. Sieht es nicht so gut aus. Aber wir geben uns Mühe. Verstehts. Hm? Moritz Meier. Was sage ich dazu? Dass er. Dass Schalko gehackt hat. Das ist scheiße. Die Genius wurde disqualifiziert. Und er ist gebannt. Genau. Wir haben alle gedacht der ist gut. Ja. Ist ja so bis nicht so irgendwas anderes bewiesen ist. Das ist so. Ich meine er hat schon ab und an crazy shit gezogen. Echt also. Nein. Ich mag ihn auf meiner Drohne. Die haben hier echt offen gelassen. Wo? Bei Office. Echt jetzt? Ja. Also bei Dragon. Die eine Wand. Ja. 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 Ich mit dem. Och 90er LP... Danke für die Chance. Hey. Habe ich dich gehört. Bin gehört. Hä? Da geht's ja doch. Boah. Boah, echt? Ja, jetzt mach eigentlich nicht mal, du Christel. Hoffentlich. Boah, das war jetzt echt Potato vom Herrn, ey. Warum weil ich es kann? Ja, ich bin doch schon wieder hinter der Wand, Alter. Leck mich doch am Arsch. Der Typ, der geht so auf den Piss, Mann. Walbock. Das Ding ist, der hat halt nur einfach zwei Kills. Ja, aber eben die Runde davor auch schon, ey. Sicherlich. Ach, schade. Geh, geh. Jetzt müssen wir hier aber das Ding mal holen. Also, ich will ja ein wenigstens mal was definieren. Kann ja nicht sein. Boah. Unglaublich. Ähm, T2N. Er wird gar kein Spiel, er wird das Spiel nicht mehr spielen können, weil er immer gebannt wird. Oh, ich muss hier nicht. Er 6 Noob, alles gut. Der hat Trends, der war gerade echt stressig, oder? Nervig, ja. Ein wenig. Ja, 97er LP, danke. Ich wünsche auch noch eine gute Nacht. Danke für den Host nochmal. Gute Nacht, 97er LP. Schlaf gut. Ja. Bald 4K oder nur HD? Nein, LP. LP. Nur LP. Okay. Ohne HD. Oder 4K. Ohne HD. Nein, nein. Da muss man, das ist jetzt schon echt groß, das Spiel. Ich meine, wie viele Millionen Accounts hat das Spiel, das ist halt schon echt Wahnsinn. 20. Ja, 22, ne? Die Frage ist, wie viele davon sind Smurfs? Naja. Und selbst wenn? Das kann mich leider nicht zu Rammelhans umbenennen, what the fuck? Ach, stimmt, du warst da Rammelhans. Rammelhans? Ja, auch guter Tag. Oh, da ist ein Galeberg dabei. A-Bird. 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 Ja, ich gebe mir Mühe. Wir bringen alle Rainbow zusammen raus. So. Er bringt Rainbow zusammen raus? Na, du nicht. Ja, ich will das sogar. Dein Rainbow ist, also deine Rainbow Six Siege Geschichte da mit Kontrolle und so ist auch nur so ein Gliedding. Ich weiß, was für die Briebdrecher ist. Dem Impuls. Die haben sich komplett alles aufgemacht. Ambusleitung. Macht guter Name. Voll Cure. Ach, Cure, gern. Okay, die kennt sich glaub ich schon länger. Egal. Drei. Die TV spawnen haben wir nicht. Also, Monster? Ich habe der Valkyrie gerade ihre Cam weggeklaut, sie muss gerade echt sauer sein, Office, zwei auch raus, ist der es Yo Shaco Ah, doch ein... Wo... Pult Äh, äh... Okay Ist der es? Kann man dieses Alo Aqua da irgendwie abschalten, ne? Wo? Boah Alter, was war das jetzt hier gerade? Ich habe das gerade echt nicht verstanden, wie kann man da... Draco, was los? Schon zu spät oder was? Draco sagt doch überhaupt gar nichts mehr irgendwie Äh... Loll Auf alle vier Lautsprecher draußen schießen, ja, die Arbeit macht man nicht So... Du hörst auf Gaming, genau, loote mal ein bisschen Sehr schön Genau, ihr müsst ja alle mal looten hier Ja Loll Äh... Äh... Shaco, euer 6, du brauchst da nicht Namefaken und so... Gerade Fische stellt der Account, lol Draco, bist du noch da? Hm... Wer? Draco, der ist so ruhig... Du glaubst... Soll Verdi ausrichten, dass er Curse of Gaming schon gelootet hat... Ja, schön! Ja, ist sehr gut Ja... Ja... Weiter Schett... Hehehe... Ich kann auch... Ich kann auch... Come on... Ob 4 hat located a bomb... Razor wire going up! Razor wire going up! Da kannste die auch... Da kommt ne Twitch dronne rein... Da ist... Catwalk steht was... Lol... Er läuft halt nicht... Die Rohr kehrt noch draußen IQ down Office Drinnen? Oder da vorn? Nein... Rappet noch Unspoltet Draco Und... Ist das... Ist das... Jackal Und... So, weiter geht's hier. Ja, Uchi, auf die Psycho. Schlaf gut. Gute Nacht. Schöne Runde. Schöne Runde. Gut gemacht, Iris. Weil ich nicht gestorben bin, oder was? Ja. It's something. Ich habe vorhin doch echt einen Schluck Cubalibre über mein Handy geschüttet. Das war echt unangenehm. Ja, da ist ein Loot. Sehr schön. Ey, noch Looten hier. Was ist da los? Berti, was ist los? Schatter macht dich kalt. Berti Liebe. Moin Verdi, BKN erst und bin erst um 14 Uhr aufgestanden. Wegen mir kannst du noch zwei Stunden streamen. Best of Gaming Clips. Naja, mal gucken. Bist der beste Rainbow Freund. Kenchi Bangu. Loll. Moinsin, Hector. Äh, nö. Ihr glaubt euch das nicht. Loll. Curse of Gaming, musst du nicht. Ja, das iPhone trinkt echt gerne. Aber das Geile ist, ich habe halt echt nur einen getrunken. Es war schön, mal mit Freunden dort zu sitzen. Wir haben einen Grüß aus Argentinien. Grüße zurück nach Clemens B. Denkt dran, ihr könnt noch looten. Loot to Ritz Horizon. Die sind unten, ne? Ja. Ja. Oben ist irgendwie nichts gemacht worden. Hedges sind noch auf. Doch, ich habe was gebreached. Ich habe was gebreached. Die Spolgeschäft zwei Stück oben, Emery. Wow. H4. Boah, sechs Monate schon. H4, ich danke dir. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, H4. Für deine Rigsab. Okay, Rappel, Seenau. Fullstown. Schön. Sauber. Äh, ich brunne mal nach rechts rein. Warte, warte Iris, warte. Ah, Batterie. Ich habe noch eine. Die ist da close. So, hier ist soweit clear. Nein, Ela. Irgendwas ist drin. Vorsicht. Ausfahren, Iris. Ausfahren. Du kannst ausfahren wieder. Ne, bis hin. Hinter der Bombe. Links. Hinter der Bombe links. Stairs, stairs, stairs. Hab ich. Wo ist der letzte? Ich weiß nicht, das ist ein zweiter. Also, er wäre aber auch oben unterwegs. Ne, meinst du mit der Bombe. Letzt. Ah, f***. Ah. Flat B. Flat auf B. Genau. Ich kann nur hinter dir nicht. Ich kann nur vorne up-aim. Gerade. Können den Defuse nicht safen. Niemals Windeln. Die ist bei Servers, genau. Hinter, ähm. Server mit dir. Und am Hedge. So. Ja. Was? Hätte er aus dir einen Tee hinter die Kiemen. Hä? Pleplot. Pleplot. Von Trace. Rauter 1. Auf das Shutter XXXXXX carried. Ja. Genau. Ja. Was? Nichts. Ich habe vorhin gesagt, ich habe keinen Bock, dich zu carryern. Du, du carryst ja auch nicht. Weil, wenn ich mir das jetzt mal gerade angucke, es ist ihres. Ja, von hinten. Ich carry von hinten. Genau. Läuft bei ihr. Läuft das Feld von hinten auf. Läuft. Ja, ich wollte dir halt auch mal das Erfolgs-Erlebnis lassen. Jan, Jan macht's doch gut. Oh, Curse. Davon hat mir geht's schon viel besser. Meine Stimme ist auf jeden Fall wieder, äh, gut. Okay-isch. Okay-isch, ja. Äh, spielen wir mit Batum oder ohne? Mit oder ohne? Ja, ich brauche noch viel rotation-orienter. Ja, dann, äh, spielen wir, äh, spielen wir ohne. Ja, mit Kassel wäre es besser. Ja. Machen wir nicht. Ähm. Entschuldigung, die Bastion dahin. Wall, reinforce! Wall, reinforce! Yes, da. Dabei. Ja, ich brauche nicht mehr mit dem Carry-On. Also, ich spreche immer mal Hedges zu, oder mach das Gott ein. Ich habe keine Reinforces. Nee, Trage gemacht. Okay, wir brauchen immer noch, immer noch einen. Ein was? Nichts. Oh, was war das denn? Du bist draußen. Hier brauchen wir Wände unbedingt. Oh, öh. Ach, scheiße, bist du im E-Ber. Ja, öh, öh. Nein, da. Vorsicht, Schadda. Wenn du oben auf... Ja, ja, hab schon gesehen. Im E-Ber. Alter, wie die einfach mal frisst. Du dir, Draco, komm, die, Ash. Mal wollen wir schon. Hed' übelst gefressen, Mann. Wahnsinn. Bei mir ist Jackal. Bei mir ist Jackal. Dann seid ihr, dass die Ash, wer dich mainstest, oder kommt? Lilo! Da ist jemand. Bei mir ist Jackal, immer noch. Bei mir ist Jackal, immer noch. Außen, guck. Hab ihn. Wo war das denn jetzt? Oben. Ist war das Miracle? Er ist oben. Alle schön, ne? Vorsicht. Er ist Windows hoch. Ready? Was? Ja, ja. Der ist unten. Über dir, Hibana. Oh, lol. Am Window. Am Window. War das oder wo? Ja. Oben. Was? Twitch ist ne crazy bitch. Welche Twitch? Die Twitch oder das Twitch? Nicht mehr auf B zeigen. Und es gibt auch noch ne A-Pack Pro League. Deutsche Pro League gibt's nicht. Links, 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 links. Bitch. Schade. Es gibt keine deutsche Pro League, ne? Ja, natürlich ist die CX-Long Series das Beste. Fuck, ey. Ich hab das voll verkackt mit der Hibana. Nicht nur du. Ne. Du kannst ja nix dafür, weil du musst ja dann erst mal erst nach oben und dann nach rechts. Weißt du? Du hast ja so ein zweidimensionales Scroll. Ich muss das tutieren. Ja. Bei dir ist es mit schräg so schlecht, weißt du? Zerstört die Daumen immer. Bei mir ist alles schräg, ja. Was kann man mit der Wallet? Welche Wallet? Die Loots Wallet oder was? Aber denkt dran, ihr könnt immer schön weiter looten. Wir haben jetzt 167 Loots. 200 kriegen wir hin. Wie gesagt, 37 brauchen wir noch. Auf geht's. Hier nochmal ein bisschen was looten. Hab ich hier ein Glück. Puls oben. Puls oben. Puls oben. Puls oben. Puls oben. Keine Ahnung, was der da checkt gerade, aber da steht rum. Ich weiß mal, ob gerade die Headache ist. Letzte ist mir gedacht. Caveira ist auch um. Also wenn wir wieder unten rein pushen, spüren wir die so aus. Ich probier jetzt unten mal Utility wegzufressen. Was probierst du? Utility wegzuzerstören. Mit meiner... Okay. Muss noch mal drohen. Ja, beendet hat mich voll gesehen. Ist voll doof. Scheiße. Geht zu denn, Alter. Healer down. Cool, jetzt ist es beim Westbalkon. Wo drinnen? Äh, Bandit. Bei Info. Jetzt draussen. Woah. Woah. Ah, nice try du Penner. Jo. Ich hab Mira-Window offen. Zur Info. Hatch ist offen. Oben ist was drinnen. Oh, jetzt sind wir nach oben. Civil. Savera down. Office. Cool, sie ist noch im... Das hat ein guter Pulse hier abrimmelt, ey. Der ist oben irgendwo. Security Room, glaub ich. Wäre noch im... Papa. Cooler Pulse. Ja, nice. Bandit war vorhin Workbench. Ich weiß nicht, ob das Server verschoben ist, wohin der ist. Keine Ahnung, ich hab keine Drohnen mehr. Tja, ne? Schaue sich an den Schaust! Beide! Oh! Ärger, wir sind schon. Oh! Oh! Ah! Oh! als servern. Ich plante hier. Geradezu. Geradezu war der. Mirra liegt injured. Wo ist die denn? Der ist doch. Kommt durch. Mirra down. Wo ist der? Nein. Oh, ich hör ihn halt reloaden und guck ihm ins Gesicht. Oh, bin ich doof. Gut, jetzt bleibt safe. Spielt ist auch Zeit. Kommt hoch, die Treppen. Ach, H4. Das sind die Hobbits. Das ist meine Währung. Da kann man dann, wenn ich die Games anmache, kann man damit dann spielen. Yeah. Jetzt mach ich mal das Ding dicht. Ich hasse dieses. Spiel. Gut. Aber trotzdem ist die Qualität der Challenger League gut gewesen, Clemens. Weil Waveplay war unheimlich stark. MyRevenge war unheimlich, äh, MyRisk war unheimlich stark. Also MyRisk war echt ultra. PKD sensationell schlecht gespielt. Also war echt überraschend. S1 sehr stark. Ja, muss ja nicht nett sein, oder? Die haben ja schlecht gespielt. Faktisch. Ja, zumindest nicht das abgeliefert, was wir hätten abliefern können. Sollen. Sollen, erwartungsweise. Sollen, ja. Oder was man gewohnt ist von denen eigentlich. Richtig. Fitschtrone dann. 9 bar vom Zoo, ne? Ich bin vorstehend der Hydrago, ja. Ich hab den Bug, dass Ella immer direkt auf den Kopf schießt. Jeden Lächter. Ich hab den Bug, dass ich immer umgekommt. Ne, ne. Wie kann er denn da, jener in dieser halben Sekunde. Jackal East erst. Fuck, ich hab eh schon waiting. Ei, hab ich mich erschreckt, alter. Wie ist das, Jackal? Boah, nein, Mann. Ich hab die, was? Du hast ihn nicht getroffen, nein, du hast gar nicht, du hast das Gefühl dreckig mit deinem neben geschossen. Ja, ist klar. Ja, ja. Echt? Du hast links von ihm geschossen. Er steht in der Lobby. Du hast noch eine Mine in der Lobby und wo hochgegangen? Schade. Der Rappet jetzt hoch. Schön. Es schloppelt. Er ist links von dir, links von dir. Iris. Hinter dir. Das geht ja gar nicht. Die ist unter dir losgegangen, weil er unten reingesprungen ist. Ja. Da wird doch keiner etwa im Stream rumpimmeln? Joa. Ja. Nussmann, Iris ist noch neu. Ja, das ist 13 Stunden. Genau. Darf hier rumnuben. Sie darf das. Ich habe den offiziellen Ganon-Futter-Status. Joa, ist ja egal. Aber trifft. Hauptsache, es macht Spaß. Genau. Guck mal. 3, 0, 5, Drago, 2, 2, 4. Läuft. Und von Shutter wollen wir nicht mal reden. Ja gut, Controller, ne? Naja. Ja, und? Jetzt? Nix. Ja, allein, dass du schon reagierst. Das ist schon. Ja, genau. Also, nur richtig mal ab. Alter, bleib ruhig. Ne, ne. Shutter, Shutter richt sich schon wieder auf. So, ich riech mich da nicht auf. Ich witz halt nur nicht. Bleib ruhig jetzt. Mal runter. Aber warte. Ich habe ein Mikrofon dabei. Da kannst du dich gleich mal drin beschweren. Was habe ich? Er hat ein Mikrofon dabei. Da kannst du dich gleich mal drin beschweren. Jäger, komm mal her. Geh weg. Rette ich mal rum. Bitte sprechen Sie in dieses Mikrofon. Naja. Das ist aber eine schöne Tarno wieder. Oh, jetzt ist alle. Ach, der hat mich keinen Bock mehr, alter. Dieb, alter. Noch was in der Welt? Okay. Ich geh, Server. Ich verschiebe auf Server, dass die unten nicht aufbrechen, ja? Jetzt geht's aber los. Sagen wir, Screams, Snipes, selber schuldig. Gut aufgeschossen. Wo? Wo? Ah, vorne. In dem TV, Catwalk. Oh, alter. Ah, fucking Twitch. Ich habe Jackal. Bitch injured. Bitch down. Last row. Shirt noch. Fuse, shirt noch. Wo? Der ist runtergehüpft. Der ist runtergehüpft. Wo? Warum hat der einen Gang? Warum hat der einen Gang runtergehüpft? Das Creme war. Oh Gott, Nico hat Creme war gescheitert. Hilfe. War Fuse, glaube ich, der. Naja, Fuse mit Schiff. Lol. Hilfe. Hilfe. Wo ist er? Hilfe. Der ist ganz hinten, am anderen Ende. CCTV. Rechtsrum, war er. Ah. Mann, ich komme. Penta Boy, 887. Nein, bin noch kein Tier. Ja. Ach. Mensch. Die Lady Discolento. Schreibt sie auch. Ich freue mich. Äh. Was soll ich jetzt? Beginn. Ich spüre nochmal den Twitch, ne? Hat ja gut funktioniert, ja. Die gehen bestimmt auch hoch. Einzel. Müssten sein, Glück. So. Äh. Was die auf Konsole spielen, die ganz verrückte Sachen. PC ist es relativ logischer gesehen, ja. Also brauchst nicht immer die Assoziation. Also wie gesagt, ich habe Respekt vor den Konsoleros. Ja. Aber nicht vor dir. Ich freue mich schon, wenn wir uns mal treffen. Das wird so lustig. Weiß nicht, ich bringe sogar meinen Controller mit. Oh geil. Musst du ja. Ich glaube, ohne den kannst du gar nicht schlafen, oder? Nee, nee. Ich bin immer mit zum Kuscheln. Hast du noch ein Kopfkissen für den Controller? Ja. Ja, das ist gut. Ich habe sogar so ein Case dafür. Wollte ich gerade sagen, das ist aber mitgeliefert, oder? Ja, klar. Elite halt. Ja. Du lächner Elite halt. Ja, genau. Nein, du bist nicht anders, wie sie alle sagen. Du bist nur ganz speziell. Und alle laufen sie. Komm, wir rushen alle ins CCTV rein. Wir haben offen. Komm, alle rein pushen. Alle rein. Alle rein. Komm, 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 komm. Ja, Bewegung, Bewegung. Bewegung. Ah, grüß, Mod. Komm, go, 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 go. Wir werden umgeschossen. Links ist was. Wo ist das? Wo liegt das? Ist er weg? Ja, da, Mann. Hab sie. Hit, fire, headshot. Puls ist dahinter. Hinter Mira, Winnow, Puls. Und Mira. Ich fahr jetzt rum und mach das Winnow auf. Ich fahr jetzt rum und mach das Winnow auf. Geil. Wollen sie aufmachen? Ah. Läuft. Ich fahr jetzt rum. Ey, das Ding zweitmal da rein, Alter. Mit Passagen oder was? Puls ist raus. Nein, nein. Das, das, das. Nebo und das war das. Hey. Hinter dir kommt was. Haupt wieder ab. Hey, die Nate zweimal in die Mitte, in die, in die Wand rein. Nachdem ich ihm zweimal gedrohnt hatte, war er weg. Ne, meine Drohne ist dauernd, scheiße. Wieder ab, wieder ab, wieder ab. Oh, ist das ein Klatsch? Mirow ist schon wieder aufgehoben. Ja. Ne, auch nicht. Oh, hier haben wir einen Discord gejoinnt. Nice. Boah, ho, 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 ho. Penner, wo? Wo war der? Irgendwo war er. Nei. Ja, doch. Der eben Air Office war mit dem? Ne. 8 HP, Verdi. Oh, ich kann's. Ich wusste gar nicht, dass der nur noch alleine ist. Ich dachte echt, der ist nicht alleine. Ich dachte, sie sind zu zweit. Ne, der eine war dauernd. Oh. Der ist doch verblutet, den hat er nicht aufgehoben, hab ich ja eben gesagt. Ich dachte, der hat den aufgehoben. Und ich wundere mich. Oh Gott. Ne, doch nicht. So, jetzt nochmal eine gute Runde hier und dann, äh. Ich bin ein Sieg nach Hause. Entschuldigung. Ich kriege jetzt. Chatter gleich Verdi gleich Faust. Ich weiß nicht, was du heute hast. Das ist eine ganz komische Schreibweise. Nein. Echt? Irgendwie. Schreibst du auf den Controller? Ja, wahrscheinlich. Mit, mit, mit dem PS4-Controller, mit dem Wischding da in der Mitte. Touchpad meinst du? Das, was echt funktioniert. Damit kannst du sogar, glaube ich, richtig gut zocken. Keine Ahnung. Hier, aufmachen. Haben wir einen Trailek oder so? Ich weiß nicht. Geht das? Ich weiß nicht. Nuckelst du an deinem Controller-Stick? Zwischendurch. Wenn ich da, wenn da irgendwas klebriges drauf ist, dann länge ich schon mal dran. Oh Gott. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's sinnig. Nicht eklig. Jetzt wird's sinnig. Oh, Schlitzlstreuen auch auf bei Flitz. Drone. Down. Ich hoffe, dass Twitchsträuen nicht je down gemacht. Ja, Junge. Ach das geht. Mach hoch. Ja. Mach zum Drago. Drago, ich supporte dich. Was hast du ausprobiert? Controller geleckt oder was? Loll. Wurde halt detected, obwohl ich rechtzeitig dran war. Ach, im Zoll. Ey, der frisst auf. Was? Das war ein Hit, Alter. Ohne mit. Im Zoll? Da, wo ich bin. Man, in der Window. In der Window. Er ist Zoll. Da, wo ich hinahme? Customs. Da hinten. Ja, Customs. Für die, die es nicht verstehen, Zoll. Oh, mit den deutschen Begriffen. Jackal auch, Customs, Dumbledore. Ich glaube, ich bin wieder zurück. Ich habe hinten Twitch, ich seh's. Jackal steht in der, äh, im Customs, äh, Big Door, Richtung Waiting Room, rechts in der Ecke und drohen gerade. Die S konnte schön gemütlich L langlaufen. Wo ist der Cam raus? Wieder einmal da drauf. Ding. Die Twitch ist halt missing. Fuck. Ace. 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 Die da nicht mal einen. Doch. Das ist Symbol von den Westen. Boah, Mann. Da spiele ich halt eine 13-37, ja. Und Iris carried mich. Wir sind immer noch voll. Außerdem ist das ein privater Team-Spick und so. Ist ja schon ein Wunder, dass wir hier, äh, dass ich mit drauf darf. Ja. Ja. Ich bin in dich. Ja. Du besetzt mich ja nicht, außer zu Verdi. Was? Was? Denkt immer noch dran looten. So. Eins mach ich noch. Bringen sie schwarz mit mir. Hauswand, mir geht's gut, wie geht's dir? So, Multiplayer. Auf geht's, ja. Lass es mal krachen, auch auf der Loots. Auch auf der Loots, eine Lösung, ja. Der mit der Rosa im Wunderschönen. Im Geronken. Der mit den Rosen tanzt. Ah, diese Season ist das mit den Rangs oder so, echt komisch. Hm. Es kommt, glaub ich, auf die Uhrzeit drauf an, wann du rankst und wie viel Uhr. Ne, ich, äh, allgemein ist es schwer. Also ich hab zu jeder Uhrzeit schon gerankt und irgendwie ist es immer schwer im Moment. Also es ist schwerer als die Season davor. Also ich fand's morgens immer ein bisschen besser als, äh, nachmittags. Ja, da kommt jetzt hier die Serverlast und so dazu, ja. Ne. Also ich hab's immer, immer, immer schlecht. Schwer. Ja. Also. Im Champions-Cup spielen Skilex oder Silex gegen Kytronix. Mal gehen wir zuerst in die Küche. Hat's mich einfach rausgehauen, Internet. Rot. Jo. Und da bin ich Reh, auch auf dem Stream. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch hier in-game funktioniert. Ist das drin? Reconnect. Funktioniert. Oh, cool. Verdi ist back. Jo. Sorry. Oh, passiert. Sechs halt nicht drin, ne? Als du mal online bist, kann, kann ich, kann mich dich auch zum Zocken anschreiben auf Discord. Digga, geh schlafen, Alter. Ich mein Deutsch wär schon scheiße, aber das übertreibst du jetzt grad'n bisschen. Also so wie der Vollmarkt da gerade rumgeleckt hat, keine Ahnung. Oh, der Zett hat mich voll ausplayed, ey. Legt der sich einfach hin? Hat dich voll outplayed. Er legt sich einfach hin. Ja, legt sich einfach hin. Ich hab den nicht mal gesehen, ne? Oh, und Iris hat einen einzigen Break gemacht. Nice. Schöne Runde, Iris. Danke. Du warst auch ganz überrascht. Ja, der war auch richtig reingelackt, Alter. Ja, der war glaub ich grad dabei die Tür aufzuschlagen, oder? Uh. Markon, was geht? Ja, aber ich hab den ja irgendwie dann nicht mehr gesehen und einfach ins Holz reingesprayt und bam, Headshot irgendwie. Was sind die Besten? Markon, mach den nicht raus, wenn die Uhrzeit ist, weil ihr ihm irgendwie die Schreibweise grad'n bisschen fragwürdig. Äh, habt ihr den Runden wahrscheinlich? Ich sehe gerade Best of Gaming Clips. Hab vorhin einser Re-Gindl. Drei... Le-Leute... Gehämmert. Mach mir erstmal eben nach deinem Challenge in der Runde. Okay. Ah, die sind oben. Die sind oben, ja. Okay. Hat gerade auch ein bisschen verrascht. Schlafen. Ey, nichts geben Aussies. Wo sind die? Kitchen Trophy, gut. Ich wollte ja nicht sagen hinter der Mauer, aber okay. Ooooooh. 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 Warte, mach mal auf was. Da ist was drinne. Kannst du morgen was aufcracken hier? Hedge ist nix. Raum ist aber hinten auch nix. Library frei. Ich weiß gerade... Ah, jetzt habe ich ihn gesehen, von wo der schieß. Allweber auch frei. Und vorne Balcony, beziehungsweise... Naja, Eder kommt zu vorne. Ah, Richtung... Ach schon. Ja, er gibt mir einen Foxshot. Drinne. Library. Hey, ich habe ihm doch auf den Kopf geschossen. Der hat mich eigentlich auch noch gehettet, ja. Ja, lol. Voll. Wenn der nicht andere ist. Das Ding der Unglücklichkeit. Geht doch. Ah, das sind die von vorhin, ne? Keine Ahnung. Ja, die haben gerade schon... Oh, kill ist es. Jeder down, nice. Das ist das Ding. Oh Gott. Oh Gott. Müsste Connector jetzt sein, die Walk. Läuft. Walk Richtung Trophy unterwegs. Ne, Stairs wird auch... Schlafzimmer. Es scheint, als ob die im Baden Zimmer einen Connector hole haben oben. Wir haben keine Rotation. Auf dem Bett liegt einer. Mh. Mh. Ja, ich komme nicht hin. Ich sehe es nicht. Ja, hinterm Bett. Sie ist doch hinterm Bett, unterm Big Window. Boah, alter. Mh. Mh. Wenn man hier schon hochkommt, dann kommt man auch nicht mehr... Oh Gott. Library läuft noch irgendwas rum. Ein Kamin. Ja. Unten... Mh. Jäger kommt. Office. Vakery Office. White Office. Warte. Nein! Oh, Mann. H.D. Mh. 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 Und Marco, mein Freund, wie geht's dir? Mh. 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 Boah Die Cam Alter Ach schnell ist voll Naja, beim hier läuft ne Alles gut soweit Einer wieder auf den Sniper auf der Spot hinten am Nahrmobil Oh ich hör hier irgendwas snipen Auf keinen einen Schöhn Dein Ding ausgetrohnt Du musst ein bissel nach rechts ziehen Dann kann ich aufheben Das ist zu gefährlich Das Fenster Pass auf Da haben sie die kill da Da haben sie mich nicht kill Im Fenster hinten Bei mir Gleis down Der ist unter mir in der Garage Unter dir? In der Garage? Nein in der Garage Wenn du die hast Ist das Garage ne? Ja genau Okay Einer geht schon mit dem glaube ich Ich hab ne Cam draußen Einer ist bei der Stiege runter Was? Was? Was ist denn das? Stiege? Was? Ach Treppe Sorry Was? Treppe Ich kenn nur Stiege Ich kenn nur Stiege Bier Ich kenn nur Stiege Bier Der Matt low 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 Schön Der Matt down Der Matt down Lass ihn Lass ihn Der ist runter Der ist runter Ja dann hat er gewonnen Äh verloren bin ich Der geht fliegen Mein Gott Ja er schmeißt halt erstmal Das lag schon Das ist das dreist Wahnsinn Ich weiß nicht Ey immer noch schön weiter looten Niemals aufhören Wer aufhört verliert Ansonsten gibt es hier keinen Stiegengetalker Könnten die jetzt in der Garage könnten die sein ne? Ja Sonst gibt es keinen Stiegengetalker mehr von uns Wenn sie jetzt im Bandit oder im U-Time haben wir eh verloren Nö Ich hab Schrotwinte Ja ich mach auf Und haben im Bandit Das ist doch kein Problem Ich geh Main Fireplace rein und hol den da weg Wo ist das Thema? Und Ella ist oben Müssen wir nur die Bar klar machen Ella im Bar Wir haben ne Ja Ja hat den Dropper gemacht Jo Geht runter Geht auch wieder runter Ja ist aber kein Problem Wie gesagt ich schieß den Boden auf Und hol den Bandit trickenden Bandit raus Ich brauch nur Support Haben wir Library Clear? Ich hab ne Drohne Blue Genau Leute Schaut einfach mal den Obis auf Discord Für etwaige zukünftige Dinge da Discord.gg Slash Ubisoft.de Viel Spaß Dankeschön für eure Aufmerksamkeit Ja Ja Der Innenweist Ich denk dann die bis 18 sein müssen aus Deutschland und aus Österreich kommen Kein Frankenstein mehr um das so ist Genau Ich hör doch schon die Steps Auf der Sterz Welche Sterz? Fireplace Fireplace Nö So Ich würde jetzt äh Ist was oben? Weiß ich ich bin äh Bathroom grad rein Ja Ja Ella Ella Fireplace Fireplace Da ist es wieder runter Wanns runter? Ja Ja So ihr könnt Bandit tricken Jackman Bandit Ist So viel dazu Zwei Batterien weg und er hockt halt da Und ich pass nicht auf Oh Mann Er hockt direkt am Mh 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 Und über meinen Breach Up aim Der saß am Am Genau dahinter Am Snowmobile Da ist er Sehr schön Soll doch Wow Ja komm ich war doch schon mal um die Ecke Nein warst du nicht du hast dich nur umgelehnt Wo war der? Äh Stairs Blue Stairs Hinten bei Gambling Bei Gaming Bar Hinten das sind die Blue Stairs Rechts genau Und das sind die Mains des Fireplaces Und rechts von mir wären die Blue Da kommt einer den höre ich schon Da steht halt ein Müllton unter einer Ja Am Snowmobile Snowmobile Steht direkt da einer Da Den könntest du auch oben über den Breach up aimen Über den Boden Aus dem Fireplace Genau andere Richtung Genau da unten ist er Kann ich den einmal fingen Ich bin den einmal Da ist er Müssen jetzt eh pushen Rechtsrum Ach schade Gut Das war mein Fehler Da ich den Bandit da so verkackt habe Ich schieße halt auf und er tötet mich mit dem Spray Hm Ach ne reinsteiler Oh Heheheheh Top 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Warte mal auf die Maus hängen. Hab die Drohne. Also ich hab jetzt ein paar Drohnen, ich weiß nicht, ich hab vergessen. Zwei oder drei. Über eine. Oh, voll. Ein paar Drohnen weg. Ja, Ausrufezeichen Event, äh, funktioniert aktuell nicht. Weil kein Event läuft halt. Nehmen Twitch aber die ganze Zeit. Oh, Garbage. Ich. Ich. Pack doch dran! Oh, zu spät wieder. Boah, das war knapp. Und da hat er keine Infine mehr, öh. Leute, echt. Schlecht. Ohne Scheiß. Hier oben in der Küche was? Wenn die kein Thermite haben, ist hier Snow. Leck mich. Echt. Ist gut. Oh, vergangs halt. Main Stairs. Hobby Stairs. Wie Ash Dropshot. Back Stairs. Blue. Ash. Ja, guck dran. Das... Rechts von dir ist Ash. Äh, Iris. In dem Raum. Ist Ash. Genau. Ibanadam. No, Ash. Man Garbage. Blue ist was. Ich weiß nicht was Blue ist. Nicht Ash. Ash ist Cargarage. Schieß drauf. Schieß, 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 schieß. Sehr schön. Ah, von oben. Irgendwo. Ja, oben über euch. Nicht schießen, nicht schießen. Der hat nur einen ganz knappen Engel. Oh Gott. Hinter die. Yeng is injured. Blue. Liegt rechts close. Kommt jetzt rechts. Der ist. Nice. So. Vorsicht. Hinten. Winesseller. 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 Das macht Shutter. Genau. Geh weg. Winesseller. Geh weg, Iris. Sehr schön. Hatten wir grad Zeit. Iris, du musst echt mehr mit Q und E arbeiten. Dich mit lehnen. Dann verziehst du auch ein bisschen den Recoil. Wenn du dich lehnst. Dieser Recoil. Lass mich mit dem Recoil in Ruhe. Der ist zufällig halt. Der Eben. Ja und? Das macht man nicht. Na klar. Das ist der Counter-Strike, deswegen ist der Counter-Strike zu einfach. Ist doch egal welche Waffe du nimmst. Hauptsache der Damage funktioniert. Oder nicht? Ah. Bug. Attach. Spür mal Bug. Du brauchst Skins zum Spray in Counter-Strike. Du brauchst Skins, genau. Skill. Skill. Was? Die Maus nach unten ziehen. Die Skins hast du hier genauso. Du meinst, die Maus nach unten ziehen ist Skill. Ob ich es schneller mache oder langsamer. Ich hab irgendwie das Gefühl, du brauchst einfach nur bei der AK und 45 Grad Winkel, schießt unten auf den Zeh, triffst in den Kopf. Funktioniert irgendwie immer. Pitchen. Du. Äh. Elaps des. Alchöre und Lieschenhands. Cavera geht hoch. Äh. Sind die Trophy? Ja. Ja. Boah. Da oben ja. What the? Ich weiß. Irgendwo lang gehen, Alter. Ohne dass hier alles aufgeschroren wird. Wacker ist das. Wie sieht's im Bedroom aus? Äh... Da scheint einer zu sein. Oben! Warte ist neben dir. Gut, sorry, fuck. War schon frei. Nein. Haben sie. Sorry. Ich komm rein. Sorry Iris. Ja, komm rein. Nein, den Frack hätt ich. Ich wusste da ist einer. Schaut, da ist ein Master Clear oder was? Ja, ich mach auch mit. Office ist auch sauber übrigens. Jan, die sind in Library. Library, Cabrera! Warte. Was? Das war ein Headshot. Die ist runter getroffen. Hab sie. Was für ein geiler Move, Alter. War der geil, Alter. Drohnen grad Double rein. Über Fireplace. Oh, das ist doppelt gecastlet. Und das Castle hinter. Wir müssen über... Window und Main ran. Äh, Rook down. Ja, muss den Frack mal aufballern vielleicht. Hat nix mehr. Hast nix, hat nix cool. Ich smoke nach rechts und wir gehen nach links, ja? Kitchen, 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 Kitchen. Halt rechts rein, rechts rein. Halt rechts rum, Peter. Oh, okay. Ich hab alle Traps ausgelöst. Ihr könnt jetzt einfach nach links Trophy rein. Hinterm Dining sitzt einer. Trophy. Trophy? 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 Nein, Castle, Dining. wie immer dann? Plente, 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 Plente.. Neeeeinein.. Schade! würde ich sagen, deine Loot-Webseite geht nicht. Dein Loot-Kram geht nicht. Dann ist das jetzt so. Das war auch das letzte Match für heute für mich. Wir müssen morgen unseren staatsbürgerlichen Pflichten nachgehen und wählen gehen. Na dann. Also in ein paar Stunden. Was auch immer du gerade gesagt hast. Das, was wir schon jetzt vor ein paar Wochen getan haben, müssen die jetzt tun. Wo kommt es dann her? Österreich oder Schweiz? Österreich. Österreich. Na gut, Schweizer, die haben ja nur einen komplett anderen Dialekt. Ja. So, dann gucken wir mal. Hatten die nicht Wahlen erst gehabt in Österreich? Oder war das was komplett anderes? Wir hatten, im Frühjahr hatten wir, denke ich mal, Bundespräsidentenwahl. Ja, genau. Achso, ihr habt jetzt was anderes. Jetzt ist es Nationalratswahl. Klingt spannend. Nationalrat, das hört sich ja so Illuminati-like an. Ja, keine Ahnung. Ist dasselbe wie Bundestag. Also, wir haben Bundestagswahlen quasi. Also. Ich denke, das ist ziemlich so sehr. Ist ja auch Grün und so, so Hippies. Ja, Grün, Pink, Blau, Rot, Schwarz, Weiß. Wir haben alle Femme. Alle Femme. Cool. Also, statt AfD heißt das dann Afö oder was? Nee. Nee, wir haben nur FKÖ. Ich bin die Blauen. Das ist so schlecht, ey. Was ist der so schlecht? Ey, da komm auf die Uhr, Mann. Das ist, das ist wie, wie, äh, hier, ähm, ach, wie heißt der, mein Viewer. Der meinte, ey, Alter, es ist halb zwei und die flaschen. Weil die halt Flashes genutzt haben. Und ich so, Alter, wir spielen hier ranked, Junge. Ich werde auch weiter flaschen. Oh, Mann. Alles klar, es war echt spannend mit euch. Hat Spaß gemacht. Da war da jetzt gerade eine Frage. Haben die Österreicher jetzt nicht Vermummungsverbot und haben sich damit nicht selber ein bisschen ins Bein geschossen? Kam jetzt gerade die Frage bei mir. Ja, wir haben das Vermummungsverbot. Keine Ahnung. Und wir hatten gerade den Fall, dass irgendwie für Mac Shark, das ist so ein, du kannst ja MacBooks und so kaufen. Die hatten eine Werbeaktion und da stand einer auf der Straße in so einem Eye-Kostüm. Und der bekam dann eben wegen Vermummungsgeburt auch eine Strafe, weil er eben sein Gesicht verdeckt hatte. Also schon, ja. Okay, hart. Mal gucken, wie das weitergeht. Hart. Wahnsinn. Okay, also ihr macht jetzt Ende. Draco, du bist auch weg, oder was? Ja. Oh, langweiler. Okay. Das war's. So. Ja. Aber ich wünsche euch was. Ja. Und du bist nicht. Genau. Tschüüü. Ciao. So. Und wir hosten jetzt noch und ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Bis dann, baby.